Es wäre richtig lustig, wenn ich mich auf so einen Stuhl setzen könnte, wenn ich einfach runterfallen würde. Kenn ich mich? Nein, schade. Guck mal, die Stühle sind auch viel kleiner als ich. Ich habe schon ein fetter Sack. Unser Zugführer ist ein kleiner Mopsi. Ein ganz ein kleiner Mopsi. Hier, guck mal, hier sind auch diese Zeichnungen, diese Runen. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir die Glocke von Graf Targola läuten. Okay, da hat sich eine Tür geöffnet gerade. Ich denke mal, das war der Verschlussmechanismus für die Kammer. Wie genau das Ganze funktioniert, da müsst ihr wahrscheinlich einen Minecraft Ritz Zone-Experten fragen. Die ganzen Blutflecken, das ist so ekelhaft, so ekelhaft. Zum Glück haben wir schon alle Monster hier erlebt, sonst würde uns jetzt noch irgendwas blühen. Oh Gott, ich dachte gerade, die Ratte wäre wieder so eine superschnelle Bitch. Diese, ähm, schwarzen kleinen, äh, diese schwarzen, ja, schnellen kleinen Frauen, äh, erinnern mich an die, äh, Witches, hießen die so? Aus, äh, Left 4 Dead. Irgendwie. Was ist denn, was ist denn das eigentlich? Ist das nur Hintergrunddeko und da hat das ein... Warte, 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 wo ist das? Das ist hier, aber liegen keine Leichen. Ich dachte, das wäre so ein Blut-Auffangbehälter. Das Blut wird dann filtriert und wird dann hier irgendwie runtergeleitet. Äh, offensichtlich hatte ich recht. Okay. Hi. Na? Wichser? Es hat nicht funktioniert. Hast du mich verstanden? Es hat nicht funktioniert. Was denn? Was hat nicht funktioniert? Hä? Was hat nicht funktioniert? Ich hab offensichtlich keine Lust mehr, was wir erzählen. Okay, passiert nichts, wenn ich aus dem Bild rausgehe. Ja, okay. Aber was hat denn jetzt nicht funktioniert? Hä? Also, uns wurde ja schon mal gesagt, dass, ähm, diese, dass ein Gas entwickelt wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Doch, ich glaube, das Gas verwandelt die Menschen in diese Zombie-Fiecher. Und das Gas sollte wohl einen schneller, stärker und intelligenter machen. Und das hat aber nicht immer funktioniert. Das hat in den ganz seltensten Fällen nur funktioniert. Das war irgendwie... Okay, ich hab schon irgendwas eingesammelt. Ähm, das war irgendwie die Prämisse draus. Ähm, und kann es möglicherweise sein, dass er versucht hat, so Leichen zu sammeln? Oder, ähm, Menschen versucht hatten, diese Zombies zu verwandeln. Und das Blut dieser Zombies dann zu filtrieren und das Blut zu trinken. Weil wir haben ja so ein kleines Weinglas bei ihnen gesehen. Ähm, und so versucht, diesen Effekt für sich zu erlangen. Was offensichtlich nicht funktioniert hat. What the fuck, Alter? Creepyest fuck. Ich bin raus. Und tschüss. Wir haben leider kein Essen und nichts... Doch, haben wir einmal Essen gefunden? Ich glaube, wir haben einmal Essen gefunden. Okay. Können wir vielleicht ein paar Leute durchbringen. Außer die, äh, blonde Bitch. Die wollen wir nicht durchbringen, weil 20 Dollar... Pfff. Alter! Dicki! 20 Euro kannst du nicht mehr bei den Zugdicke kaufen. Du hast Hunger. Du bist blutig. Bist du neu? Ne, du hast vorher one last. Du hast ein bisschen Hunger. Ah, ja. Ist okay. Ist okay, würde ich sagen. Wenn du stirbst... Irrt mich das eigentlich nicht wirklich. So, was ist denn hier diesmal... Ach, müssen wir das hier machen. Ah Gott. Ne, das mag ich nicht. Ich meine, das ist einfach, aber trotzdem. So, können wir mal ein bisschen was craften. Yes, medicine craften. Und ein bisschen Bullets, Alter. Bullets storm. Okay, coole Sache. Ah, ich weiß. Die Tschüssi verreckt. Mir doch egal. Ne, der verreckt auch, oder? Ja! Oh, schnell! Schnell! Let's do something against it! Nein! Nicht sterben, Dicki! Nicht sterben, Alter! Ich brauch dich noch. Du bringst mir nämlich 230 Geld, Alter. Der hat Hunger. Der hat... Oh Gott, der muss auch gleich... ...verarztet werden. Und sie ist tot. Ah, well. Well, well, well. That's the life. Oh Gott. Mann! Wenn man es nicht kann, sollte man es vielleicht auch einfach mal lassen. Aber es geht ja leider nicht. So, sehr schön. Ähm, was brauchte ich denn? Essen? Essen, glaube ich, brauchte ich. Düm, 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 düm. Ihr habt Hunger. Du hast ein bisschen Hunger. Und du hast mehr Hunger. Okay. Das heißt, du kriegst erstmal was. Vielleicht steigst du ja gleich aus. Und ich brauch dir gar nichts mehr zu essen geben. Dann kümmern wir uns mal nochmal darum. Okay, sehr gut. Yes! Gecrafted haben wir alles. Ihr seid happy. Sie ist tot. Ah, ja. Schießpulger auf hier. Immerhin. Ich glaube, ich muss dir doch was zu essen geben. Ah, gut. Machen wir das einfach mal. Okay. Du hast Hunger. Du kriegst was zu essen. Bitteschön. Dir geht's gut. Dir geht's gut. Ja, dir geht's auch gut. Okay. Wir sind da. Du, 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 du. Der Zoo fährt nun in den Bahnhof ein. Meine sehr verehrten Damen und Gentlemen. Oh, ne. Die Dame ist ja tot. Hm. Fuck that. Okay. Wir haben immer noch, äh, das Problem, dass hier keine Haltestelle, äh, ist. Okay, ich bin einfach durchgerannt. Ich dachte gerade, er bewegt sich automatisch, aber ne, ich hab ja gedrückt. So. Wir haben fast kein Wasser mehr. Ich frage den Vorgesetzten, ob wir noch ein wenig bekommen können. Ich bin in 20 Minuten zurück. Ich hab das Gefühl, du bist nicht mehr zurückgekommen. Irgendwie, weiß auch nicht. Irgendwie beschleicht mich da so ein Gefühl. Und die Fernseher konnte ich nicht mitbringen. Was? Where is the Guardian? Ja, das ist die Frage. Der Schwachkopf, den man uns als größt, äh, aus der östlichen Basis Base geschickt hat, versteht einfach gar nichts. Ich habe einen Entlassungsgesuch für ihn geschrieben. Er soll nach dem Metropol zurückkehren. Vernichte das Schreiben. Oh. Okay. Hier war offensichtlich jemand nicht sehr zuverlässig. Es war so heil. Na. 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 Nein. Nein. Komm nicht zu nah. Danke. Nein. Geh weg. Verschwinde bitte. Danke. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Noch einer von euch. Die Explosivtypen sind echt am schlimmsten. Aber ihr könnt euch nicht mit mir anlegen. Ja, ja. Legt euch nicht mit dem falschen an. Oh Gott. Ihr auch nicht übrigens. Sonst kriegt ihr eine schöne Magenmassage, Alter. Betty und ihre Magenmassagen. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Fick dich. Fick dich. Nein. Oh Gott. Ich hab ein bisschen nehmen verloren. Aber das macht nichts. Ich bin hart im nehmen. Und hart im Leben verlieren. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Soviel dazu. Kann ich mich vielleicht jetzt töten lassen und nochmal von vorne anfangen. Oh Gott. Jeremy hatte durch. Äh. Durch. Was? Jeremy halte durch. Achso. Halte durch. Ich weiß, dass es dort heiß und schwer ist. Aber wenigstens bekommst du verdoppelte Rente, wenn du in den Ruhestand gehst. Alles klar. Wenigstens. Oh. Oh. Hier ist. Oh. Shit. Das ist ein Panzer. Was genau ist hier los? Okay. Hier können wir nicht runter. Was geht ab? Alter. Was geht ab? Warte mal. War hier irgendwas? Ne. Ich dachte ich kann hier irgendwas anklicken. Aber nicht. Hier ist offensichtlich irgendein Kriegs äh. Gebiet. Also nicht Gebiet. Aber so. Militärlager. So. Ein gutes altes Militärlager. So. Habe ich euch mal ordentlich eine verpasst. Ist auch nichts mehr hinter. Hier muss doch so viel Munition sein. Die Rakete ist stadtbereit. Auf Perfehlwarten. Okay. Erste Hilfe Kasten und Lumpen. Äh. Hi Leute. Na. Oh. Schnipp. Aber das verbraucht äh. Pistolen Munition. Das weiß ich. Altmetall. Sehr schön. Was. Ähm. Sorry. Ups. Habe ich wohl aus Versehen die Rakete gestartet. Ja Mensch. Ha. Ist dumm gelaufen. Hi. Na. Ahmad hat recht. Es gibt nur nutzlose Waffen. Es gibt. Hier gibt es nur nutzlose Waffen. Ähm. Hallo. Ähm. Was. Nein danke. Wir müssen auch nicht nach Metropol. Viel Glück. Okay. Was heißt denn noch nicht. Pistolen Munition 16. Ja wie gesagt. Die verbraucht Pistolen Munition. Aber wir werden sie uns mal angucken. Obwohl ich vermute, dass ich sie nicht oft benutzen werde. Da. Da. So ein Sturmgewehr. Viel Pistolen Munition verbraucht. Oh Gott. Ich weiß doch dass sie jetzt hier rauskommt oder? Es war so klar alter. Alter. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. So dumm. So dumm alter. Okay. Nein. 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 Na Gott. Ja da sollte ich denn vielleicht auch lieber mit Betty ein bisschen agieren. Betty hätte es besser gemacht. Oh. Oh. Black. Betty. Fembleem. Fembleem. Oh Gott. Nein. Nein. Ah. Ich wäre so doof. Ich hätte reloaden sollen. Oh nein. Okay. Diesmal seriousless. Äh. Seriousless. Ich wäre nicht serious sondern seriousless. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ich muss ich leider erschließen so. Okay. Mensch. Das war doch äh. Relativ unerfolgreich. Aber auch nicht gut. Äh. Ja. Gut. Wir haben offensichtlich unsere Pistole nicht mehr. Warum nicht. Nusen. Alter. Hätte ich das vorher gewusst hätte ich mir doch gar nicht die Akteile geben. Aufgrades für die Pistole geholt. Das ist ja. Relativ ungeil. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Nein. 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 Scheiße. Okay. Neuer Plan. Für diesen Raum. Aufs Fass schließen. Nein. Ich bin wieder hier. Nein. 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 Diesen Voli aber nicht. Nein. Oh Gott. Jetzt hab ich auch noch. Okay. Fuck this shit. I'm out. Fuck this shit. I'm out. Fuck this shit. I'm out. I'm out. Oh yeah. Fuck this shit. I'm out. Ja. Sorry dass ich jetzt äh. So lange hier rumdumple. Aber ich muss ähm. Das Beste draus machen. Ist das Sturmgewehr? Nein. Das Fass. Das Fass. Das Fass. Das Fass. Das Fass. Ich wollte auch das Fass benutzen. in einem Schuss verbraucht. Und das ist nicht gut. Das gefährdet mich überhaupt nicht. Hier könnte ich das wenigstens für den nächsten Raum brauchen. Hallo. Und herzlich willkommen. in you are dead town bitch wow gut okay da haben wir einen mehr okay cool ja und ich habe ein medikit weniger verbraucht das heißt wir können mehr leute verarzt und mehr leute essen geben das ist wunderbar 4975 ist die zahlenkombination auf die wir so lange gewartet haben let's roll this fucking train es müsste auch noch allen relativ gut gehen also muss mir jetzt erstmal keine sorgen ich weiß ja nicht wie es dem typ mit der pistole gegen und was der mir überhaupt bringt das ist ja noch mal die wichtige auto hast eine verletzung du fackert du bist mir nur 50 robert ripper bei robert hat yourself ich keine ressourcen mehr habe dann bist du der erste der drauf geht aber gott er braucht medizin schon wieder okay ein problem dafür sind wir da ich kümmere mich drum ich habe euch hier im blick du wirst du stirbst ja nicht zum ersten mal fast okay das noch mal ein bisschen regulieren der ist nicht so gesund und ja du kriegst jetzt erstmal du kriegst jetzt erstmal wieder medikit braucht ja alles hier bringe ich noch mal die sicherheit die das hier in ordnung ja und dann kräfte ich erst mal ein bisschen was vielleicht kann ich auch ein paar medikits kräften ja wenigstens 1 ok ist das schön und schön munition kraften sehr schön kann ich eigentlich schotflinten munition kraften dazu fehlt mir das passende altmetall das eine hoch was ist das das macht überhaupt keinen sinn warum hängt diese stadt an der decke excuse you hängt diese stadt an der decke oder bin ich irgendwie auf pilzen oder so das ist das ist bestimmt metropol oder könnte ich mir vorstellen du kriegst auch noch was zu essen und dann haben wir auch nichts mehr ich glaube wir sind hier gleich im metropol ist mir zu auf den sack und du bringst mir nichts aber naja ja guck mal da hinten ist was das ich könnte es gerade nicht lesen so okay der essen ist aus leute essen ist leider aus okay du brauchst du brauchst schon wieder ja wir sind da ist mir egal du kriegst nichts ich hoffe wir sind in dem metropol wir müssen jetzt in dem metropol sein metropol 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 bitte please steigt alle aus bitte yeah mann so gut alter olga williams fuck you trainerin alter 20 dollar trainerin oder was nice gewinnt 637 überlebende passagiere nice waffen upgrade ah das ist schön that's beautiful danke 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 save us alles klar ist das oh das sind das füße what the fuck wie groß sind diese füße ist das der guardian ist das der fucking guardian kann das sein sieht aus als wären wir gerettet und alles dank dir du hast so eine weite reise hinter dir ja offensichtlich was wohin fahren warum hm oh gott aber ich habe dazu keine berechtigung du musst zur zentrale gehen nimm den bus j7 den grünen das ist der schnellste weg wenn sie dir erlauben die türe zu öffnen ich warte hier auf dich beeil dich okay wir wollen offensichtlich auch irgendwo hin und dafür brauchen wir erstmal eine erlaubnis der wächter ist fast bereit für den start den ernergierkern haben wir schon geladen wir schalten jetzt das gehirn zu okay das scheint wirklich der wächter zu sein scheiße ich wollte gerade das window fangen aber das geht nicht ohne waffen ist das doof so okay was ist hier noch systemstart bereit motorstart bereit waffenvorrat steht zur verfügung kommunikation mit metropol steht zur verfügung mission befehl 27 äh 24b okay warte mal ich will da noch da unten gehen da gibt es bestimmt noch was ich brauche ja alles was ich kriegen kann erstmal hier die kontaminiert arbeitskleidung 7 dollar okay cool traum und altmetall aber die sache ist ja ich habe ja hier geld bekommen das heißt ich kann ja noch was kaufen das heißt meine reise ist wahrscheinlich noch nicht vorbei tabletten und toilettenpapier toilettenpapier ist wichtig das hätten wir viel öfter kriegen sollen im spiel ey na ja zwei wachen ja nachdem mal untersucht wurden die zentrale bringen okay du bist acht seit die leute nie ausgestiegen sind ne hallo ich habe versucht ihnen zu helfen aber ich wurde suspendiert der schmied weiß ist natürlich am besten natürlich so du wolltest deine schrotflinte verbessern ich habe sie etwas modifiziert ich glaube man kann sie nun leichter nachladen tschüss tschüss kein problem und willst du immer noch gehen ich verstehe ja natürlich natürlich endlich in sicherheit ja den grünen sollen wir also nehmen aber können wir den blauen auch nehmen ja das heißt wir nehmen erstmal den blauen wohin auch immer uns der bringt hier wo wir nicht hinkommen offensichtlich ok wenigstens müssen wir hier in der stadt nicht kämpfen ne zahlung kaufen nein 1300 geld alter shit hey music man du hast bestimmt mein freund frisch ist obst greift zu tu dir keinen zwang an äh ja das geht offensichtlich nicht was hast du nichts ich kann dich anklicken du hast hast du nichts cool danke was 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 ja äh panik was rauchen ok das ist irgendwas russisches vielleicht könnt ihr das vielleicht kann ich genau hier einen screenshot machen knips und äh ja dann vielleicht entschlüsseln was das ist oder ich editiere das im video so dass ich drüber schreibe was das bedeutet oder vielleicht wenn ich daran denke wenn nicht dann nicht so hast du was mein freund hat einen tollen bauenhof in der nähe bestere maiskoll hast du noch nie probiert cool aber offensichtlich kann ich nichts von dir kaufen kein maiskoll heyy lily na ha was geht mit 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 mit